b hallo in hallo wer ist der nächste Tag und jetzt gehen wir heute mal ohne Rat wieder kommt vielleicht nachher noch dazu aber es ist mir noch nicht jetzt ist es war mit er kommt sofort noch im Brot noch ich stand gerade im Wasser und dann ist das Wasser gefroren Röpfe es war jetzt mal kurz gucken ich bin ältische in der Masse auch alt heute sind die Zombies blau doch Wunder an Aua denn stehen sie was hat er mit dem Haus gemacht ja das ist so Raffael ja kann nichts anderes was macht ihr jetzt wir müssen übrigens die häuser noch ausleuchten dann spawnen darin auch welche ich wäre dafür dass wir grob eine mauer um das dorf ziehen ja das können wir machen ich guck mal eben wie viel stein ich noch ab machen wir es aus stein sandstein oder aus was ich weiß nicht ich denke aus stein macht am meisten sind irgendwie das richtigen durch schwärzt fahren also aus richtigen stein oder aus cobblestone habe ich dann habe ich nämlich jetzt glaube ich erst mal noch ich gucke mal wie viel ich habe ich habe jetzt fast zwei stecks cobblestone das reicht nicht hier im sand ja das gibt es ab und zu und was zum henker das hat mit seiner bude hier gemacht ich weiß es nicht ich muss auf jeden fall noch mal in raffys bude rein weil er ist bestimmt der typ drin der weizen gegen markt an der 21 stück what the fuck hier ist einer mit 18 komm her ich bin bei raffael ja raffi die raffi ist der zucht mensch ja der züchtigt die immer oder wie er züchtet die und züchtigt hey cool jetzt hat er was neues zu verkaufen was denn 20 wolle gegen 1 markt toll wir müssen eigentlich ein loch buddeln was tiefer ist ja also so dass sie nicht sterben aber trotzdem da drin sind ja und walter jetzt raus ja kommst du mal her sofort ich schmeiß dir meinen cobblestone hier hin ja gut er kommt raus ausdorfbewohner naja die gehen nicht raus die fünf stück bleiben da drin weiß einer von euch ob die sich multiplayer überhaupt fortflänzen oder nicht ja tun die wollen wir es hoffen ich geh zu meinen ok mach das jetzt los kann man zu mir ich war schon fast wieder in meiner miene drin ich war schon wieder fast ganz unten malte ja trotzdem hoch ich habe übrigens einen anteil in die kiste gelegt ich habe es gesehen danke so komm mit warte ich wollte eben noch die gebackenen kartoffeln in den ofen aus dem ofen rausnehmen und 14 eisen schnittmelzen und wo bist du hier am welt ich zeige dir wo ich wohne damit wir damit du weißt wo du die melans herbekommen wirst wartet mal kurz letzte version wo man schon färben konnte sah die rüstung noch besser aus ich bin da guten tag raffaio hallo raffi ach so ein creeper voraus warte mal ich hab sieben falle ich snack den weg seid ihr auf dem server wir nehmen leute auch wieder nicht drauf nehmt ihr auch ja ja hallo am moment dann wenn ich drauf bin dann fang ich auch an aufzunehmen ich hab mir webs besorgt ne du fängst an aufzunehmen wenn ich weg muss das ist so in 15 minuten dann kannst du aufnehmen ach so das ist sehr toll du musst dann essen und dann komm ich wieder ach so na geil ich komm aber grad nicht drauf was hast du ganz ehrlich ich habe keine ahnung was ist mit deinem server mein server ist gut und du bist müde oder bist grad auch müde ich wette mein server ist besser nö oh komm schon hast du schon ein hexenhaus gefunden Malte nein hey ich hab gesagt ja ja er hat sich gemütet oder was oh mein Moment ist jetzt eigentlich aufgedeckt was ich hab nötig musst du noch machen oh toll toll hier ach ja wenn meine mine in deine Schlucht führt gehört die Mine mir weil ich hab die Mine früher gefunden als du die Schlucht wer meint hier ich meine Raphael ich meine Raphael Lappen es war doch nicht nicht meine Kühe töten ich wusste nicht dass das deine ich wusste nicht dass das deine ist Entschuldige ich wusste nicht dass das deine ist was tut das denn meine Kühe mein Gott du Kuhmörder sag doch dass das deine ist so das ist meine bescheidene Hütte die wird noch erweitert warte ich komme ah ja aber es gab fleißig sogar dabei ja dann nimm Raffi gleich auf wenn du weg musst du ne ja ja jetzt geht es geht es geht es ich bin drauf ja ok du musst mehr dann müssen wir Raffi nur noch das Passant für den Server geben das machen wir aber dann nachher was sollst du Server Hä Server Malte ok Loil beim Haus schreit ist Malte jetzt wieder weg oder offensichtlich ich hab den grad mit dem Pfeil abgeschossen und hab auch gut getroffen aber warte ok ich warte da ist da also ah da ist das Feld ich sehe es schon ja ja ey komm der ist hoch um mich zu töten oder warte willst du mich jetzt töten oder willst du zu deinem nein ich bin ja nicht komisch so wie du ich bin ja nicht komisch ich hätte ich von da oben weg snacken können ich hab noch ok ich hab noch zwei Pfeile es wäre nicht so gut gelungen so St die 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 so kompiert wird es hier unten wo ich dann das Anna ja so ich werde nicht allzu lange vertreten ich will auch erstmals nötig ist gut ich gehe dann wieder mal so uns ja so wie viel eisen okay so war ich glaube es was war das denn das war seine Lache nein die ist schön jedes Mal anders was weil der Knie sagt warum na natürlich nicht okay auch kommt k ich bin gleich wieder zurück wenn ich mich hoch So, dann fange ich erstmal an, ein wenig Stein zu farmen, für die Mauer. Wir haben vorhin beschlossen, dass wir eine Mauer um das Dorf ziehen. Boah, ist hier viel heiß. Wir können die auch teilweise aus Kakteen machen, schätze ich, oder? Genau, dann können wir... Eine Mauer aus Kakteen, nein.